Ey, du wächst doch einmal mit an. Nein! Du hast einmal angefangen mit dem Formel 1 Auto. Ja, aber ich habe angefangen mit... Ja und? Was ist das denn aus dem Formel 1 Auto? Ich habe ganz viele Rotsteine. Ah, es ist so, Rotstein. Nein, das heißt, Rotstein. 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 Mit 2 O und 2 E. Rotstein. Also, Rui... Also, Rho... Ist heein. Okay. Geil. Er läuft bei den Afrikaans ohne Witz. Ja, ohne Spaß. Wir haben richtig gut gelernt, ey. Gelähnt. Gelähnt, Hansa. LAPIS LAZULI! LAPIS LAZULI! LAPIS LAZULI! Okay, die nächsten Dias, die ich finde, die gehören Jonas. Äh, warum? Damit er auch mal was gefunden hat. Jonas ist Feind. Ich habe Dias. Du hast gar keine Dias. Doch. Nein. Ich habe gar nichts. Sechs Stück habe ich. Nein, hast du nichts. Doch, warte, ich guck kurz. Creepa! Ich habe welche. Ich habe welche. Ich habe welche. Das ist gar keine. Na, was du Jonas hast? Du umlügst dich. Du umlügst dich. Du umlügst dich. Jonas, du hast keine. Warum lügst du immer? Jonas, warum? Jonas, du hast dich lügen. Hör auf damit. Jonas, benimm dich. Hast du keine benimmlich Regeln gelernt? Nein. Merk mal. Kleiner Flegel, du. Arschloch. Das ist richtig. Arschloch. Fuck. Da muss Julian nur Leiste husten. Leiste husten. Leiste husten. Leiste husten. Feiert meins. So. Am Sack von Udo. Da klebt ein, da klebt ein Uhu. Uhu. Da klebt ein Uhu. Oh, ein UFO. Uh, da gibt's oben jetzt weiter. Mir ist langweilig. Dann bau unten den Keller. Ich hab keine Lust. Ich will nicht mehr. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hast du in deinem Haus schon Boden gebohrt? Was? Oh Mann ey. Du wolltest in deinem Haus deinen Boden machen. Ich hab ihn aber halb. Bloß. Bloß halb. Ich hab ihn aber halb. Dann mach halt mal ganz. Dazu brauch ich Sandstein. Erhol dir Sandstein. Geil, was geht da ab? Wo geht was ab? Ja. War's Heimatfest immer nur. Also falls man im Hintergrund mal irgendwelche Dinge oder sowas hören sollte. Man weiß, war's Heimatfest. Na ist nicht geil. Ich hab chillig. Er ist nicht chillig. Ich will den Fisch singen, Alter. König wieder ausrasten. 1 Molo. Atemlos durch die Nacht. Ich krieg mein Geld vom Staat. Aber los durch den Tag. Ne 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 ne. Ne ne ne. Und dann das hohe. Ne 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 ne. Nein warte, wie geht das? Das ging doch so, oder? Was? Nein? Doch, dessa. Der Refrain. Refrain? nein warte die stoffen arbeitslos durch den tag jeder kennt nur die stelle ich krieg mein geld vom start ich lass das jetzt abspielen ich muss das jetzt hören arbeitslos von y titty von y titty die stelle mit so nahmen es gibt alle im seltenen arbeitslos okay jetzt nicht mit warte aber jetzt los durch den tag ich hab Angst ich mach was dagegen ich hab Angst wir machen nicht Karoge Party hier doch bitte alter das wird der mitten im microsoft spiel wir ziehen durch die straßen an warte die schreiben doch immer den text runter normalerweise schon diesmal nicht das war auf jeden Fall auszutischen Faker alter der hat einfach das Video von Y titty noch mal hochgeladen von Y titty alle ohne Witz kann man das mal von Y titty ach so hups ich hab Gold gefunden jetzt mach ich mir eine Goldrüstung ohne Witz wenn ich Goldrüstung hab dann bin ich der King weil Goldrüstung ist einfach das Beste ja voll ich muss sagen kannst du mal eine Eisenrüstung haben ich brauch meine ich brauch meine Rüstung mehr weil Goldrüstung ist besser als Diamant schon gewusst mhm ich glaube es war eine wenn ich mich recht erinnern kann war in früheren Versionen war Gold wirklich besser als Diamant in echt in welchen Versionen in der äh 109 oder sowas war das okay ja ich sag auch in den früheren Versionen da war der noch flüssig habe ich schon manchmal gezockt vor allem alter Leck nö grad ich das ist ein Problem wenn du hast das ist nicht welche Drogen du benutzt damit das so ist aber ganz ehrlich mich juckt es aber ich auch gar nicht aber mich juckt es gerade wir können sein Goldäpfel machen ja und die uns machen uns die um die Köhle von denen aus also einfach mit 8 Goldblöcken Möller nun wir auch so schützen haben und kommt vielleicht mit der Verarschung der Merz von Blöcken vielleicht geht es ja also ich mache mir jetzt ein okay gut wir haben nur noch ein apfel doch klar haben wir so viel gold nehmann ich sinnlos ich dir was man damit machen kann und eine goldene karotte und eine goldene karotte oder was ist das ist wo wir brauchen wir für schissene goldene melone wofür zum braun das heißt nicht goldene melone warte das heißt jetzt und der melone es heißt es war das heißt anders das heißt ich müsste überhaupt melone heißt aber das hässliche fähig jetzt mal ohne was glinsternde warte lehmann warte lehmann warte lehmann warte wo ist das ding das ist äh letzte seite ich hab nur eine seite das wie du hast nur eine seite ich hab nur eine seite mit items einfach mal und der id 388 äh 382 das heißt glinstete ach so ich hab doch das wäre die normale melone ich hab das bei dem texte pack nicht erkannt ähm zack zack klipp klipp jonas was machst du klipp klipp um stehen klipp 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 was wohl seinölker finden das sim er wurde den Jenig pieren nachher wer wollte sie denn du echt ja das ist nicht anders und Helga versprechen fellows singen oder ich hab den täglich dermachser ist apa Tomic 50 Center den aussuchen für den d�� extrem ich bin es nicht knruction für das es steht immer Gott ist noch garелиere ichfera gezupfte wirklich gut Ich bin zu blöd. Nein, ich fresse nicht mehr. Wahrscheinlich wäre es das zweite Video, so was gewesen zu finden, ist es einfach nicht. Ich habe jetzt einen Steen-Cole-Block. Ja, geil. So. Jonas, sing jetzt. Ja, geht nicht. Ach, ja, stimmt. Juli dumm.